Rauchmelder 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 Hänsel und Gretel verliefen sich im Haus. Es war ein 20 Stöcker, sie kannten sich nicht aus. Sie klingerten an der Türe von Oma Schneidewind. Die sagte, weiß ich auch nicht, wer meine Nachbarn sind. Uh, uh, wollen sie nicht die Hexe sein? Hört mal ihr Kinder, was fällt euch denn da ein? Ich bin doch nicht von gestern, sagt Frau Schneidewind. Denn was mit der Hexe passiert, das weiß doch jedes Kind. Denn was mit der Hexe passiert, das weiß doch jedes Kind. Klingelt